Na, hallo! Willkommen zu einer weiteren Runde Clash of Clans! So, wir sammeln hier die ganze Sache mal wieder ein und machen mal die Grabsteine weg. Wir wurden angegriffen. Minus 10! Wow! Wow, er hat uns sogar mit Ballon angegriffen. Über den Wolken. So, wir fanden hier mal die ganze Sache wieder neu an. Jetzt haben wir hier wieder Gold übrig. Was bauen wir denn nun? Das können wir auf jeden Fall bauen. Drei Stunden. Dann können wir nichts mehr bauen. Keine Runde können wir nicht bauen. Lexierlager können wir bauen. Und Goldlager können wir auch bauen. Mienenwerfer können wir nicht bauen. Uns fehlt wirklich die Bauhütte. Das ist der Wahnsinn. Mann, wir brauchen diese Bauhütte unbedingt. Dass wir hier wenigstens mal ein bisschen vorankommen. In der ganzen Sache. So, wieder ein Diamant mehr. Sehr schön. Was hat man denn für Erfolge, die wir machen können? Hm. Hm. Ja, irgendwie. Ich schalte einen Drachen frei. Hm. Hm. Zerstöre, ja, zwei Rathäuser. Dann bräuchte man bloß noch knacken. Hier kriegt man ja keinen. Hier kriegt man noch mehr Gold draus. Das bringt uns überhaupt gar nichts. Vier Weihnachtsbäume hier. Mann. Einen Haufen Elixier und wir können nichts machen. Zum Kotzen. Absolut zum Kotzen. Hier wieder. Jupp. Wieder voll. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was wir hier noch tun könnten. Kann man noch ein bisschen Gold verbauen. Der ist auch schon wieder voll. Sinn. Los. Einen Tag. Weißt du, die Hauptgebäude sind eigentlich jetzt auf einem gewissen Level? Na los, komm. Rathaus. Einen Tag. So, jetzt machen wir hier noch einen fixen Angriff wie Sau. Einen Tag. Einen Tag. Einen Tag. Einen Tag. Einen Tag. Einen Tag. Der hat ja alles in der Reihe stehen. So, Korbalken hier rein. Bogis Feuer, los, haue den Minenwerfer kurz wieder, ganz schnell. So, jetzt gehen wir hier nochmal hin. Ja komm, die letzten Zwecke wollen wir nochmal reinwerfen. Ja, die Mauerbrecher haben wir schon wieder gespart. Die brauchen wir absolut noch eine Kohle. Ja, viel zu viel Riesen. Ne, es ist egal. Wir haben ja mehr als genug Elixier. Das können wir auch ein bisschen ausgeben. So schnell geht das hier, die ganze Sache. Komm, was haben wir hier? Ob der hier noch oben mal hingeboren hat, ob man vielleicht genug ne Prozent kriegt, nö. Waren ausdau. Die Kohle ist ein wahnsinnig schnell. Das finde ich übos geil, dass die so verdammt schnell sind. Doch beim Mauern runterhauen sind die sehr, sehr fix. Genau, Bogis. Wahnsinn. Wahnsinn. So, down und down. Ja. Ach, zum Pokale und... Ach nee, das ist unser Bonus. Unser Bonus. Nein, das möchte ich jetzt nicht bewerten. Ja, wir bauen hier erstmal wieder auf vier Riesen. Zwei Kohle, oder? Und der Rest sind Bogis. Ja, wir haben noch Luft. Wir haben noch Blut. Das ist nach oben. So, jetzt werden wir sozusagen wieder voll. Da kommen wir gleich wieder eins, oder? Ja, naja, jetzt müssen wir eben erstmal warten. Ein Tag, Mann. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis später. Tschüss. 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 uj